hi leute und herzlich willkommen zu diesem neuen video auf meinem kanal das handelt von der travasierung des hohen rades und ja das ist eine tour auf ein beinahe 3000er wo man am ende noch leichte kletterei im ersten schwierigkeitsgrad vorfindet und ja das wird ein ganz stilles video nur mit musik werden und dann würde ich sagen film ab so so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.